ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zurück zum ersten mal ehrlich gesagt erst mal neues projekt es ist ja jetzt dran wirst dran wirst du ja das wird im multiplayer modus mit vrsd angezeigt auch wenn alle mit controller spielen ist einfach so hardy wir warten alle auf dich ja doch doch dir wird das gleich richtig angezeigt wenn du spielst ihr hört wir sind nach der gamescom hier gerade am start wir klingen alle nicht ganz so richtig eigentlich aber das ist nach der gamescom halt so die leute die uns schon mal länger folgen die wissen das gehört einfach dazu und ja my friends die das auf der gamescom nicht gesehen haben ja jeder hat jetzt hier so geil typen wo die geilen penisse so hin und her wackeln man muss versuchen über diese linie zu kommen muss immer höher kommen als der andere ja und die steuerung ist ein bisschen beknackt einfach nur weil du jede gliedmaße einzeln steuern muss mit den unterschiedlichen tasten und deswegen kruppelt der gerade alter ist gerade christian der sich versucht da in irgendeiner weise da dran zu helfen ja läuft doch und ihr hört ich würde es voll cool finden äh quatsch ich würde es verkünden was man noch machen kann ist was viele noch oder vielleicht nicht wissen wie auch mal machen könnten man kann die gesichter von diesen mounts von diesen homo westlern nenne ich sie mal ersetzen ersetzen durch piks und kripa hat zum beispiel auch schon mal gemacht jetzt hat ein anderer youtuber reingesetzt das ist natürlich fucking awesome das wusste ich noch gar nicht mal ausprobieren so ich bin dran hast du gesehen mit welcher beinfreiheit ich meine klöten da oben gelassen habe das ist schon voll gut in dem spiel verdammt jetzt packen wir an die klöten jawohl oh ja ich streichel sie ja ich streichel sie kannst du ein bisschen mehr links kratzen ja ich komme nicht dran ich muss mal ganz kurz hier was umstellen tut nicht weh oder jetzt will ich dir meine klöten noch ganz kurz ins gesicht hauen so moment das funktioniert irgendwie nicht ich so er hat losgelassen alles was cool moment ich mach das hier wäre mir am anfang noch relativ zeit man hat man hat immer 60 sekunden zeit ich will dass meine klöten auch sogar im bild das spiel ist so bescheuert einfach nur da wird spiel ja genau wie bringt ihr euch den vormals drückte jetzt alle tasten an nein 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 du kannst tatsächlich immer nur eine gleichzeitig drücken das ist doch der drückte aber du kannst beispielsweise keine ahnung die menschliche spinne naja ich probiere jetzt mal was aus damit das nicht so langweilig ist ne verdammt das war nicht geplant voll der pro hier am start so ganz wichtig dabei muss er da der arm muss nach unten so und jetzt dabei muss er so komm jetzt wackel nach oben du scheiß bimmel ja macht er doch der dreht sich schon wie so ein rückkreisel so sieht das aus hier war die junge komm setz dich genau auf mein teil drauf versuch ein teil bei mir anzudocken jetzt mal ja das war kein richtiges andocken Da ist kein Platz zwischen. Oh Mann ey. Boah, Schleiße, Alter. Schleiße. Schleiße. So, die Krabbe läuft da. Echt mal. Christian steuert gerade, sieht man rechts immer. So, alles klar. Boah. Wir sind so krass Marsch, ey. Oh, oh. Oh, jetzt. Boah, Junge. Jawohl. Das sieht aus wie ein harter Kampf einfach nur. Aber. Jawohl, läuft. Komm schon, Christian. Ja, sicher. Kannst du dein Bein so bewegen? Guck mal, wie der Typ unter dir den Mund richtig weit offen hat. Das sieht aus, als würde er da gerne was drin haben in dem Mund. Ja, um jeden Fall. Scheiße. Richtig geil dran saugen. Jetzt hast du das Bein da angeklebt. Oh, Mann. Let's go. Jawohl, Mann. Was für einen leichten Schritt denn da hingelaufen ist. Schau mal. Ich finde, ich bin geflogen einfach nur. Alter. Komm schon hoch da. Du Stück mit deinem lila Ding. Jawohl, Mann. Das hat die Angepackung. Jetzt haben wir nicht das gehört. Wui. So. Guck mal hier. Noch ist das ja alles am Anfang relativ easy. Das stimmt. Moment, jetzt versuche ich aber auch noch. Moment, auf der Bühne war ich da schon kaputt. Was? Warst du da wieder? Jawohl, wieder. Kannst du das mal? Oh mein Gott. Ja. Jawohl. Jawohl, wieder. Wie du dem ein reiztickst. Es ist so königlich einfach nur. Oh, Scheiße. Erstmal winken. Das Spiel ist aber echt ganz schön prä. Oh, man. Ja, Mann. Wow. Alter. Heftig. So, Brab, da geht noch einer. Oh, schade. Und jetzt aber. Einer noch. Komm. Oh, Mann. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Scheiße. Ich steck fest. Nein. Nein. Wie man verzweifelt. Komm schon. Beeil dich, Tromben. Beeil dich. Die Zeit. Nein, Alter. Das schaffst du noch. Oh, ja. Ich glaube auch noch an dich. Ganz easy. Ganz easy. Drei Sekunden noch. Oh Gott, zwei Sekunden. Tromben. Nein. Es war für einen dünnen Zweck. Es war ungeteilt. Komm, wie du guckst. Ja, was wird denn da immer? Da fiel die Pfeife im Mund. Der sieht aus wie ein Popper. Alter. Irgendwas für los, Mann. Da habe ich heute geilen Fly gemacht. So, so. Ja. Alter, ey. Ach, die blinzeln ja alle auch noch. Ich dachte, die werden eigentlich... Gott, ey. Das ist jetzt aber gar nicht mehr so... Alter, du hast dich immer ganz schön scheiße da positioniert. Da muss man mal ganz einfach sagen. Das stimmt. Aber wirklich. Das ist voll der Auswuchs im Turm so. Du guckst auch so angestrengt gerade, ey. Jetzt muss ich wieder da oben hingucken, wie der eine voll in den Arsch gefickt wird. Und die Gesichter dabei sind auch so geil. Oh, sie blinzeln auch zwischendurch. Warte. Warte. Was ist dein Plan? Okay, alles klar. Was ist das denn da? Ein Fisch da unten hängt. Mann, oh mein Gott, was meinst du, wie der da unten riecht einfach nur. Ganz schön fischig. Ist ja ekelhaft, ey. Christian, was hast du da gemacht? Das weiß ich auch nicht. Oh, Alter. Oh, Freunde. Oh, nee. Oh, nee. Moment, da ist ja noch Y. Ja, und zwar dummerweise. Jawohl. War voll die dramatische Musik einfach nur. Ja, und ich weiß, das ist voll die epische Mucke einfach nur. So, Moment. Wie das sich so durchdreht, einfach nur der Fisch. Ja, Christian, chillt ne Runde. Ja, ich wollte mal eben gucken, ob da so geht. Was? What the fuck? What the fuck, Alter? What the fuck? Ich hab ja mal Platz genommen, ne? Ja. Alter, ist das ein komisches Spiel. Scheiß die Wand an. Ich muss aber sagen, ich finde das Spiel ziemlich diskriminierend. Ja, es müsste eigentlich auch eine Frauenversion geben. Oh, das stimmt eigentlich. Echt mal, was soll das eigentlich? Warum sind das alles Typen? Oh, oh. Ja, ist cool, ist cool, ist cool. Ja, ihr habt euch hier echt ganz schön unglücklich platziert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Oh, ja. Also, wer links spawnt, der hat... Wow! Hab ich mir arm gebrochen? Alter, ich hab mir arm gebrochen. Der ist durchgebrochen. Hallo. Scheiße, jetzt ist er wieder angedockt. Moment, warte mal ganz kurz. Was will ich denn jetzt hier erreichen? Ja, Perl, da kannst du aber noch einiges rausholen. So ist doof. So. So. Jawohl, so. Komm. So ist gut. So, alles klar. Da wollen wir jetzt mal, wa? Jetzt kommt die Nougat-Stift. Alter, der hat den Lutschmund, ey. Ich finde das aber ein bisschen bescheuert, dass die Nougat-Stift nicht irgendwie so ein größeres Ding da unten bauen. Oh, was soll denn das? Boah, das ist voll das Geschirr, ey. Guck mal, wie helle Nippel der hat. Ja, stimmt. Die sind richtig schön Babyfarben. Oh. Ja, genau mit dem Wort erklärt mir das am besten. Die sind Babyfarben. Hey! Oh, das war ein Fehler, Hadi. Was machst du denn da? Wer soll ich da oben festhalten, der Penner? Jawohl. Ich muss da erst mal rum, ey. Das ist gar nicht so einfach hier. Gar nicht so einfach hier. Gar nicht so einfach hier. X, das lösen und das lösen. Das muss ich Y auch noch lösen. So, A auch noch. X auch noch. Alter, wie schwer das mit Klavier hier wird. Oh, oh, oh. Jawohl. Oh, nice. Warte. Warte. Oh, jetzt. Nice. Das wird nicht einfacher mit der Zeit. Boah, das ist aber... Alter, Alter. Ich habe immer gleich so einen Move, doch. Oh, der Freak-Dancer. Ja, Alter, das ist eilig. Ey, Moment. Ist das da hoch? Ein da hoch? Meint ich an der Glatze fest. Ja, genau so. Die ist nicht so griffig. Nicht so griffig, Freunde? Nee. Schönen, schönen, lalalalalala. Scheiße. Erstmal noch Späßchen machen. Ja, Mann. Das geht immer gut an dem Spiel. Ja, ja. Zeitsatt. Oh, Mann, das ist aber eine Krise. Boah. Ja, halt dich an den Säcken fest. Boah, guck mal, der da hochgekleidet ist ja übel. Hat mir Spaß. Moment. Boah, übel. Ich glaube, dass man den Arm ein bisschen noch besser hat, wenn man sich damit fühlt. Oh, Peter, wenn du da schon mal nicht so viel Zeit verschenkt hast. Ach, Quatsch. Noch ist alles cheesy. Noch alles cheesy? Ich meine, noch ist alles cheesy, ey. Cheesy? Hab ich cheesy? Leu, was mach ich denn hier? So, komm mal. Brust bauen, Freddy. Oh, schon wieder an den Klöten. So. Boah, jetzt muss Peter da um die Ecke rum. Ja, das mach ich. Der Stilverkirchen ist bescheuert, so. Moment, recht, das muss ich drücken. Ah, noch. Okay, perfekt. So. Und, jawohl. Ah, komm schon. Oh, Leute. Boah, ich dachte gerade kurz, ich hätte keinen Halt mehr. Leck mich am Arsch, da hab ich kurz ein bisschen Schiss gekriegt. So. Oh, nein, ey. Ey, Moment. So, so, jawohl. Alter, die Zeit wird echt ganz schön knapp. Leck mich am Arsch. Ja, neun Sekunden noch, Peter. Jawohl, erst mal die Eier grabst du noch mal. So. Alles klar. So, jetzt muss ich mich mal beeilen hier. Echt, Mann? Wo? Erstmal hinfallen. Erstmal ziegern an den Arsch. Fucken. So. Ey. Der Arsch ist gerade vor dem Konzentrantz. Nein. Und kriegt nix einfach rein. Oh, Charly ist von der Genie. Oh, ja. Ey. So, warte mal. So, warte. Ah, und x loslassen. So, komm schon. Wie viel geiles Gesicht der dabei macht, ey. Oh, scheiße, jetzt wird's übel. Du musst dann den Arsch loslassen. x, x. Ja, komm. Sehr gut, genau so. Nicht b. Einmal wieder umschwingen. Ja, warte, warte, warte. Jetzt x loslassen, b loslassen. Und dann geht's weiter. Jawoll. Y. So, jetzt ist es war. B, A. Oh, jetzt wird's aber langsam geschnappt, Alter. Neun Sekunden noch. Boah, A, Y. Sechs, fünf, vier, drei, zwei. No. Fuck, so ne Scheiße. Ja, ist klar, Christian. Ja, ja. Mal schauen, ob du's besser hinbekommst. Als der Liederhaar nicht. Äh, kein Problem. Moment, Y noch. Jawoll, sauber. Oh, das sieht aber ganz gut aus. Das sieht irgendwie kompetenter aus als Mongo-Hardener. Hafa, ey. Ja, das sieht auf jeden Fall viel kompetenter aus, ey. Wie der, guck mal, wie der sich den Arm auskugelt, ey. Das ist der Hafa einfach nur. Ach, warum hat sich das denn jetzt alles da dran gemacht, Kinders? Aber da sind wir die beiden, ey. Ich stehe dir mal nicht so am Geschlechtsverkehr, ja? Geh mal weg, Mann, guck mal. Dein Penis stört dich teilweise. Hui. Das sieht so schade aus. Was ist das, ey? Oh, vierzehn. Komm da nicht dran! Scheiße. Benütz den an deinen Armen. Benütz den an deinen Armen. Ja, genau so. Komm, komm. Sieben, sechs, fünf, vier. Komm, der darf nicht gewinnen. Ja, du bist drüber. Du bist drüber. Du warst drüber. Ich wollte gerade auf Start. Ja, ich wollte auf Start gerade drücken. Nicht drücken. Kann man sich den Tonto angucken. Gott. Da ist der Arsch. Wer hat der gedrückt? Wer hat gedrückt? Ich hab nicht gedrückt. Alles klar. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab an meinen Fingern nicht mal dran, du Arsch. Also, wer eine ewige Strichliste machen will, hier ja, bei Mount Your Friends, der erste Sieg geht an mich, ja? Vielen Dank. Ja, fuck you. Ja, ich hab. Das war die erste Folge von Mount Your Friends. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir, weil wir hatten Spaß. Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Aufschnittchen. Tschüss.